ja hallo und hallöche meine lieben freunde und damit darf ich jetzt zurück beim retro feuer begrüßen ja ich könnte eigentlich guten morgen sagen da wir gerade zwei nach acht haben und ich hier am retro feuer aufnehmen bin am freitag da wir ja wenn ihr mein tweet gelesen habt es bis gestern noch bei medie gewesen sind das schon dreiviertel dreiviertel elf heimgekommen sind ich dann einfach kein bock mit was aufzunehmen weil ich so im arsch war es war sehr geil ein video folgt ich habe da ein bisschen was aufgenommen mit meiner handy kamera so ein paar sachen die wir gemacht haben wird auf jeden fall sehr cool werden und ja warum gibt es heute reminenz im retrofeld ich habe es am mittwoch schon in gut beide punkten kündigt und so wird heute für das neue projekt remen revolution aka remen 2 starten er könnte darauf freuen die erste folge wird eine halbe stunde geben bisschen länger und das praktisch auch komplett mit facecam und deswegen habe ich gedacht passen wird remen 1 machen wird eine halbe stunde damit ich die auch noch bis viel hoch kriegt und ja bis fünf bis fünf oder nee doch bis fünf oh die remen folge ist gerade fünf geplant ist nachher um plan egal die stört so da muss ich sagen wir waren gerade bei gegen einen bösen bösen gegner zu kämpfen und zwar ist der miste saxophon ohne das sexe von 16 tun und ich weiß gar nicht mehr wie wir den besiegen konnten und deswegen sterbe ich mal spontan ich werde eine sprüche und erladen ob sie sich zurück schritten hatte ja okay ich muss sie sehen das habe ich gespeichert okay sobald wir keine doch ich lasse jetzt ich mache es mit selbst so hier und jetzt springt der oh mein gott what are you doing man aber ich kann hier rumlaufen muss ich jetzt weiter laufen doch mal weiter äh krieg ich mal bitte ich wollte ich dann nicht ich will mich vielleicht ich kann hier nicht weiter ok doch ich habe sogar punkte aber mich zu verfolgen ich sehe doch nicht wo ich hinlaufe ich hasse es wenn du nicht siehst wo du hinlaufe ich hasse sowas jetzt sehe ich wieder was gott sei dank an der musik gerade läuft gerade im platz deswegen wundert euch wenn ihr nicht würde ich finde ich nicht passt das heißt ja alles mögliche an items warum auch immer das bringt auch die komischen leben aber das ist echt bleibe ich noch okay nochmals brechen guck mal da oben sind noten das ist da 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 ich bin mal an oh mein gott ich habe keine treffen kann man das meinen erklären kann ich die überhaupt treffen warte okay gut zu wissen das heißt du kinn ist dann gesagt meine lieben freunds kies und freunds kinden einfach mal an bitte ja gut ist das ja nicht so schwer ich kann zwei kommen obwohl na jetzt und boom okay das geht oh mein gott er springt auf mich an never mind never mind ich wollte nur springen krebs krebs aids krebs aids ja weich behindert hat hoch 20 also springe schlöger wo bei dem nicht ja fach ergehen ich bleibe natürlich auch nicht zu viel was das ist auch unfair obläufig ist immer dass ich den hinten muss und jetzt muss ich ihn doch nicht die team naja egal ich muss das team der fernis selber ja so jetzt aber alter sagen wie unfair bin ich eigentlich kann man eine krebs geben danke junge jetzt aber alter wenn ich jetzt nicht treffe ja ein wunder ich habe getroffen heil dir ich wollte gerade blanken jolo ich habe ja angst ah das ist echt schwer zu juken ich weiß jetzt werde ich sterben okay geht das noch für ihr leben wa ja patrick es gibt was das nennt sich hier einen juken das ist denn die ganz tolle neue finden äh äh nein es alter ich hasse irgendwie mal voll das teil zu treffen weil dann bin ich da echt viel zu unfähig für bin da einfach nicht der richtige hoffe ich das ist ein paar dinge arg hass hass und vergeltung also irgendwann laufe ich hier mal amok aber dann nicht wegen dem zehretas und wegen den verfickten 1 teil fick dich hier lol okay ich muss fliegen ich bin schon tot okay ich werde jetzt nachher safe nachdem ich die ersten zwei teile getroffen habe habe ich mich jetzt dazu entschieden auch fang doch mal an als statute muss als hätte ich ewig zeit die folge muss heute um vier um fünf hoch ich habe nicht ewig zeit du kleiner baum ich weiß ich habe keine zeit mehr damit hast du zu blöd den zu treffen lässt es ist schon irgendwie unglaublich dankeschön spring rüber ja durch meine nummer los jetzt spring rüber jeder mache ich jetzt den tief das ist die verlieren muss ich die püsse doch zu mir rüber also warum läuft es plötzlich die hohren sohn wahrscheinlich mal wieder ach so okay das kann ich sehen dass er gleichzeitig der wichser rauskommt dann noch hatte ich mir das ohne mit schaffen okay jetzt weiß ich habe wie das läuft zuerst die machte eine bombe dann springt in die andere richtung immer noch eine bombe es läuft ja genau jetzt macht er das gleichzeitig und ich kann natürlich weder sei noch das andere machen das ist glaube ich ein bisschen schwer glaube ich keine ahnung wenn das zu tun ich habe und letztendlich suchen und schießen da bin ich nicht für gemacht alter lauf und spring nochmal und ruhig okay jetzt versuche ich mal zuerst das schicken und dann zu schießen hat nicht funktioniert okay zuerst schießen und dann zu tun ich muss aber genau gucken wo der rauskommt boah hoffentlich kriegt es hin also schwer patrick wählen nicht okay nice ich hätte noch zu tun sollen aber ich speichern irgendwie konnte ich gar nicht auf flach kommen ich werde es nach jedem mit speichern was uns dort mit so lange wir sind hier schon zehn minuten drin dreht auf das ist mittlerweile schon für eine halbe stunde gekürzt weil eine stunde zu lange ist habe ich aber in das erwähnt im letzten richter fahrt es sogar bei so ein bisschen mehr ich habe ich da habe ich in der gezogen egal hauptsächlich noch getroffen wir haben noch nicht gewonnen aber die musik ist aus dem tool halt haben noch ein leben noch ein leben genau wir schaffen das das lied help das war gerade ein stück und ich habe es nicht geschafft es zu schicken perfekt laufen okay ich habe mir gedacht er würde jetzt an die was kommt eine bombe ne ja jetzt kommt das teil alter seriously patrick seriously wie behindert bist du stüppern krebs und an den musiknoten mir egal also wie unfähig einfach sein kann ja hatte und jetzt stell mal vor ich müsste es normal spielen ohne saves da kriegst du aids als kind ach so jetzt 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 wenn ich jetzt treffe dann gib mir halleluja eh thanks gott alter ich weiß noch zwei hits zwei bombe leidys noch ein bombe leidys jetzt kommt jetzt treff patrick treffen treffen also da übersteuerung da will man doch nicht mehr oder ich verstehe wenn man sich so eine scheiße ankommen kann ich halte jetzt alle ab und gibt mir eine negative bewertung danke bei mehr oder weniger habe ich nicht verdient ich doch so meine goodness alter oh gott das war knapp der was klaut mir ich hab da einfach keinen kommentar mehr zu weißt du das ist einfach keine ahnung ich bin wieder voll rein das ist voll leicht zu juken kannst du nicht nur das ist das ist voll einfach warte ich hab mir den soundtrack umgeladen läuft gerade im hintergrund oder für nicht original in game weil die rom irgendwie keinen hat ich weiß nicht warum also freut mich das nicht sonst jetzt danke das ist der juk ever er hat noch ein leben wir schaffen dich du hure es ändert sich auch beim letzten mal nichts ich denke mal so dass man alles noch was anderes macht ach so jetzt aber tschüss grätsig ich weiß noch was kommt wenn wir das geschäft ja das sexy von wir haben wir das geschäft und das ist das sexy von tänz hat man mal freudig das lied rein ok cool machen wir es wieder mit dem saxophon ich weiß grad gar nicht aber haben wir aber endlich haben wir es geschafft alter zweiter boss besiegt grätsig sees und wir haben noch 18 oder 17 geschmeidige minuten um diese spiel zu spielen das heißt wir müssen jetzt richtung hier hin und ja machen erstmal bevor wir bei den blue mountains und in den twilight coach gehen noch ein save und dann würde ich sagen letzter go ist gut gelaufen dass ich es gleich so in einen boss starte weg fliege danke gleich direkt nachdem ich anfangen aufzunehmen wusste ich gar nicht mehr ich habe mir auch dem letzten mal es war der komische stream da wo die ganz viele spiele ganz schnell das für mich sogar aus dem games dann fast er gemacht haben ist jetzt schon eine weile her und mir ist gerade eingefallen was hat dem kankern wer mehr und da hat einer eben auch wenn man eins durchgezogen hat gesagt dass wir alle käfige brauchen um zum einkern zu kommen und ich habe mir nur gedacht alle käfige soll dieses retro projekt zwei jahre geben habe ich gedacht wir machen das anders wenn es einige von euch sagen werden auch dein ernst wir werden jetzt einfach die dabei ganz normal durch spielen und dann ich war dran und dann wenn wir eben vorm entgegenstehen werde ich mal gucken ob ich online finde wo alle käfige da sind und wenn nicht dann müsste meine schon eingeben ich muss dann erstmal gucken wir nicht dann nehme ich mir wahrscheinlich einen anderen emulator irgendwie so her und guckt irgendwo nach einem geschehen save also ich will wenn man das nicht eher so gesehen normal machen sondern eben mit einem safe warum weil es müssen es einfach zu lange dauern würde weil für mich scheint die rede von muss ein großes projekt und ist zum beispiel donald waren zwei parts durch das waren noch in drei oder vier parts durch ich meine monster gewinnt jetzt da noch ein das ist und ich bin jetzt so unfähig an die violetten looms zu hängen doch doch nicht hello wie schlagt denn die ah 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 what the fuck did just happen man i don't know i don't get it ich habe es einfach gewusst weil hier war einfach blumen äh ah 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 warum ich mich so warum wurde ich das fenster auf habe ich hasse den sommer leute wenn man selbst wenn ich mit einem sagen rein auch heute erstmal den wir freuen ja mein ich bin ich in denen da unten noch anfängt aber hier hinten gibt es auch nichts mehr wahr oder jetzt mal lol 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 oh da waren stacheln hoppsi stacheln sind böse wahrscheinlich wenn wir jetzt auf der wolke landen ähm you can see my skill level is over 106 ja voll schöne musik das ist die opening musik alter komm ich sag doch nur zu sterben geht es überhaupt dass man da ja wie will ich das bitte durchkommen und zu sterben immer will ich da durchkriechen ich versuche es einfach mal aber ich glaube ich steppe doch an den teilen oder ja ich bin gerade echt überfragt leute ja wenn ich mich beeilen dich schnell ich glaube das könnte funktionieren warte lassen probieren lass mal machen ich muss da schnell durch hm warte jetzt krieg 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 es geht glaube ich aber es ist schwer ich versuche es noch zwei drei mal dann gehen wir weiter aber ich will wissen was hier ist ja wir haben dazu nicht platz zum juken wir müssen uns so glück auf die probe stellen leute das muss auch nicht sein haben wir den hier jetzt ein paar punkte vielleicht bringen sie es ja mal ein extra leben boah ich hasse ne ich hasse nicht beim 1 ist es einfach nur so weich als kind das ist einfach nur so ein krasser schwierigkeitslevel also ich tue mir jetzt schon ich bin 18 ihr wollt gar nicht wissen wie ich wie viel krebs ich als kind bekomme hat warte ich hab gezugt ja du uhrer da unten war ein käfig ne HALT wie ist der billig zu dürfen im ganzen spiel aber hey er ist da und der fühlt sich in den 2 zu sein irgendjemand hat immer angst vor den teilen hier ich weiß gar nicht wer das war denn hier wo ich das immer gesagt habe gesagt ich glaube das war das stoff den kennt ihr jetzt nicht aber ich kenne den der markt die teile nicht ich weiß gar nicht mehr aber ich glaube schon zudem also ich bin kann man das eigentlich auf dem ps2 oder spät weil weil also warum kann ich da nicht hoch spring 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 danke muss ich schreien und lassen dass du was machst oder was du männerwärtige nein ich will nicht das ist mir kein problem mehr das wird zu ewig tun bis wir das durch haben aber die musik hat mich gerade auf die ist doch voll schön service ein bisschen öfter es war eins zu spät war ich hasse die stelle wenn die leute gerade weg gehen wir nehmen wo du hüpfchen einmal zweimal alter muss ich wieder schreien rayman don't fuck with me okay man ich krieg gerade aids alter sorry aber ich hasse es ist richtig behindert einfach geh weg du geht weg ihr huren wichsen geht sterben und lass mich jetzt da hoch alter was geht hier ich hasse den scheiß da nein eins zwei drei nein danke schön gott es ist hier ja ja ich werde gleich mal den safe umlegen perfekt ich muss die teile zurück und dann muss ich in den lumen kommen verstandet schere wie hat sich die weil ich habe die noch nie so richtig gezogen du wirst warte kurz sie jetzt sie kann man ja töten die lachen einfach nur dumm ich habe gedacht dass man nicht oh mein gott ach okay die lachen da ta 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 taArt warte loom komm und jetzt weg weg schwing doch nicht in die richtung warte wie behindert waren der sprung hast du gesehen wie der gesprungen ist ich ich bin HEF August Da krieg ich ja Aids, Alter. Verreck, 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 verreck. Sorry, ich bin ein bisschen überreagiert. Ich weiß, ich bin schon zu behindert. Er ist zu behindert, zu springen, Alter. Nee, 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 nee. Schwingen. Jetzt kann man nochmal. Springen war ich jetzt. Aber davor, ich, 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 ich hüpfe jetzt. Hi. Wie so ein Querschnittsgelärm-Tisch, der gesprungen ist. Sorry für alle. Never mind, you know what I mean. It's not good to say something like that. Der kann mir runterfallen. Ja, das kann man. Ähm, save her. Dio. Kann ich den nicht töten? Warte, hier muss man ja ein Jukemeister sein. Und das bin ich, weiß Gott, nicht. Was wüsste, wenn du mir den letzten Läufer anguckst. Ich glaub, der springt ja nur hier mit dem Kreuzei. Okay, jetzt weiter. Ah! Hilfe! Hilfe! Help! Geh... Oh mein Gott. Lol. Mag ich ihn hier nicht. Geh auf! Geh weg von mir! Geh weg von mir! Geh weg von mir! Warum ist der Stein? Oh Gott! Stress! Angst! Toll! Oh. Werden safe machen, bevor die Stelle kommt. Wollt man nicht sehen, die kann auch so machen. Ich glaub, es hat mich nicht gefangen, dass sie sein Steinchen zerstört haben. Ah. 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 Ich hasse so Sachen mit Lumswissi. Das ist mit den W-Leuten. Ich komm doch mir gar nicht drauf klar. Da war einer, der war verletzt. Den kann man nur einmal greifen, by the way. Wenn ihr denkt, warum das so komisch ist. Ach, herrje, komm. Die Stelle ist nicht schwer. Die ist richtig einfach sogar. Ah. Die Stelle ist richtig einfach tot. That's... Weißt du, ich hab auch nur noch ein Leben, das ist so behindert. Ein HP, wie ich's immer nennen. Ja, toll, der kommt hier schon. What? Wo, der Stehter, der ist mit so einem Po. Da, 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 da. Geh doch mal weg. Habt ihr nichts getan? Warum habe ich denn schon wieder nicht gegriffen? Es ist gut zu wissen, dass ich mich übereilen muss. Geh auf. Da kommt er nämlich schon. Die heutige Folge ist sehr stressig. Ich frage mich, wenn ich morgens um 8 drehen muss. Um 8. Ich bin doch müde. Ne, ich bin nicht müde. Ich bin immer zwölf ins Bett. Aber jetzt pum, 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 pum. Wo geht die hin? Geht sie unten noch was? Never mind. Wir haben das Ficht besiegt. Great success. Ich speichere hier nochmal. Riftest du da noch? Nope. Okay. Just wanted to know it to show. Oh, nee. Oh, nee. Jetzt kommt irgendwas. Wenn wir schon so viele Sachen kriegen, dann kommt jetzt irgendein Gegner. Das ist so vorhersehbar. Ich könnte eigentlich auch durch die, über die paar anderen drüberspringen, war. Hättest du nachdecken, das heißt man. Also dreimal das komische Faustgeräusche und dann kommt man durch. Hier kann man drüber. Da auch. Ach, hey, jetzt muss ich auch noch das schicken. Oh, nein. Das schaffe ich doch niemals. Leute, ich bin doch unfähig für sowas. Das wüsste doch. Oh, nein. Oh, nein. What do I have to do there man? schnelle über ja 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 vergessen again hilfe soll die arbeit also ob ich nicht zerstören ist nicht nötig gewesen ich bin glaube ich tot jetzt aber also ich komme da nie drüber das ist schlimm also ich drücke die a-taste werden verrückt aber ich komme da nicht drüber und ich verstehe mal wieder nicht warum das war es perfekt okay ich werde tatsächlich noch weil ich werde da sehr sehr viel drucken müssen das sollte man mal probieren ich glaube das level geht ja noch nicht mehr allzu lang aber der rete wahrscheinlich ein bisschen länger obwohl ich nicht viel zeit habe raven warum du weißt dass ich das trinkend rendern muss und dann mach überziehe ich du einfach du aus okay so jetzt ich werde nach jedem stück safe weil wieder auch wartet einfach der hurensohn war weil ich war jetzt hier bist du das geschafft hast du voll schwer aber ich habe mich das hier überhaupt machen keine ahnung dabei fast es ist irgendwie gegen die kämpfen muss keine ahnung wenn ich mal so mache wer eine idee wert war ist immer so leicht die folge muss vorbei auch doch gott ich krieg schon angst ist irgendwas ist was was kann egal okay gut dann ist das ende auch so gut das gesehen zu haben aber dann haben wir doch nicht ganz überzugehen und er war eine geile folge also ich fand die sehr cool waren sehr cool sachen passiert hat mir sehr viel spaß gemacht gegen mr sachs gegen den anspaß zu kämpfen leichte okay ich muss drüber ich muss drüber ich muss drüber anders geht es nicht ob sich leidin ich ist doch kein checkpoints war ich ja mal echt vor du gestern geben over oder stirbst du musst alles noch mal machen das ist das ohne selbst aber da könntest du spiel nicht spielen da bin ich ganz ehrlich ich werde bei der vorgenommen dann den endkinder komplett ohne selbst machen weil ich hier so oft ist hilft habe so als ausgleich sprechern wir hier noch mal dass man nicht immer weiß ich nicht wie man das treffen soll vielleicht dahin hängen patrick ist eine idee das hätte ich genügend zeit gab zum drucken und ich geschafft das war eine schöne folge so leute ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen von der folge remen 1 von einem weiteren retro feuer guckt heute abend alles muss ich das gerade gar nicht guckt heute abend danke er guckt heute abend um um sieben unbedingt noch mal vom kanal vorbei weil da kommt das neue prägt da kommt remen revolution in seiner vollen pracht wurde ich hoffentlich gefallen dass auch mit vorbeikommen die verlinke auch mal die folge unten aber wenn ihr jetzt auf klickt muss ich war dich noch nicht freigestalten dass ich die kommt erst um sieben aber guckt trotzdem unten mal rein wenn die folge hier ist weiter sieht unten in der beschreibung findet ihr auch die die links zu den ersten beiden hatte ich schon drei letzten essen beiden parts wenn man sich jeweils eine stunde und zu der ersten folge vom retro feuer die ich habe es hoch und 1 und zu den playlists von remen origins und remen legends und remen revolution also alles an welmen einfach mal unten die beschreibung gucken da ist ganz viel drin ja ich bedanke mich natürlich fürs zuschauen es hat mir sehr viel spaß gemacht die das der kampf gegen mr sachs war cool und die komischen steinler waren auch ganz toll und ja dann würde ich sagen mache ich mich jetzt noch ganz schnell weil ich muss noch ein paar videos heute morgen schneiden und hochladen und ich habe einfach vier tage mal wenig gar nichts gemacht deswegen muss ich mich jetzt ran halt auf jeden fall danke fürs zuschauen und noch einen wunderschönen freitag und ja was ist es dann heute abend bei remen revolution wieder danke fürs zuschauen und dann tschüss